Einen wunderschönen Tag, ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von IG Kompakt. Es geht jetzt um den Euro-US-Dollar und warum dieser noch weiter fallen könnte. Um 14.30 Uhr steht heute die PCE-Kernrate für Dienstleistungen und Waren in den USA an Ex-Lebensmittel und Energie. Und da warten die Marktanleger und die Notenbank FED mit Argus-Augen drauf. Denn, ich kann die mal hier kurz einblenden, hatte die, bevor wir auf den Euro-Dollar jetzt per se an sich gehen, zeige ich euch mal gerne hier nochmal die Kernrate 0,3% vorherig, 0,4% ist die Prognose. Ich hatte heute auch bei Twitter nochmal die Kernrate in der letzten Zeit nochmal dargestellt. Ihr seht einen starken Anstieg hier nach Corona. Das bedeutet auch, dass die Inflationsgefahr damit auch messbar ist. Und je höher die Kernrate ausfällt, desto eher bedeutet das auch, dass die Inflation durchaus tendenziell weiter hoch bleibt. Das bedeutet auch, dass das den US-Dollar durchaus stärken kann. Und wir sehen, ich gehe jetzt nochmal zurück in den Chart zum Euro-US-Dollar, auch etwas, was ich schon seit dem 9. Februar in einem IG-Kompakt auch vorgestellt hatte, dass der Euro-US-Dollar weiter fallen könnte, weil der US-Dollar weiter an Stärke gewinnt, beziehungsweise sich erholt. Und wir hatten hier ein absteigendes Dreieck schon eingezeichnet. Dieses wurde jetzt an der Unterseite verlassen, hat das Kursziel bei 1.0518 aktiviert. Wir hatten hier ein Knockout-Zertifikat-Putz als Inspiration und als beispielhaftes Szenario. Sollte dieses absteigende Dreieck denn erfolgreich ausbrechen, dann könnten wir hier den Trend fortsetzen. Das tun wir gerade. Der RSI ist hier an der Grenzschwelle von 48,5 auch kläglich gescheitert, hat damit diesen Abwärtstrend auch fortgesetzt. Und zudem auch, bereits auch hier schon gezeigt, dass in der Marktbreite dem Euro langsam die Kraft ausgeht. Wir haben es gezeigt, auch schon vor einer Woche, vor zwei Wochen, dass wenn wir hier in diesem Bereich von 90, 85 Prozent sind, wir waren vor zwei Wochen noch bei 90 Prozent, sind jetzt nur noch bei 85 Prozent, dass hier durchaus die Korrekturwahrscheinlichkeit hoch ist. Was bedeutet das, prozentualer Anteil der Euro-Paare über dem MA200? Das bedeutet nichts anderes als, ich habe hier gemessen, wie viele, die wichtigsten 20 Euro-Paare, wie viele von denen lagen denn über dem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt? Wenn das der Fall war, dann gibt es dafür einen Haken, wenn nicht, dann ein Kreuz. Und dementsprechend waren wir jetzt in der letzten Zeit, als der Euro nach der Paritätsbewegung hier bei fast unter, wo er kurz unter einem US-Dollar war, dann diesen starken Erholungsprozess aufbaute, war es gleichzeitig auch der Fall, dass wir hier eine breite Erholung in der Marktbreite gesehen haben. Aber jetzt erreichen wir eine Höhe, wo eine Korrekturwahrscheinlichkeit hoch ist. Und das sehen wir aktuell auch im Chart. Und das könnte sich durchaus weiter fortsetzen. Berechen wir hier jetzt, das ist ein Mindestkursziel, das heißt, es kann hier durchaus noch weitergehen, wenn diese Reise fortgesetzt wird. Und wenn die PCE-Kernrate heute noch mal stärker ausfällt, als erwartet, dann kann das durchaus noch mal eine Volatilität in den Markt bringen. Aktienkurse könnten eher weiter fallen, der US-Dollar weiter an Stärke zu gewinnen und dementsprechend den Euro-US-Dollar unter Druck bringen. Ja, in diesem Sinne, das war es zu einem kurzen IG-Kompakt-Video zum Thema Euro-US-Dollar und warum der Euro weiter fallen könnte. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und erfolgreich und ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao.